Genau auf diesem Fleckchen Erde hier habe ich fünf Jahre meines Lebens verbracht. Und zwar fünf Tage die Woche, acht Stunden. Das war ein Schrottplatz. Sie haben ein Unternehmen geschaffen, was absolut beispielhaft ist und was ein Umweltminister von Nordrhein-Westfalen auch stolz darauf macht, dass Sie in dem Bereich aktiv sind. Das ist der Beweis hier, dass wir als Hagedorn Unternehmensgruppe nicht nur von der Nachhaltigkeit rumerzählen und rumlabern, sondern wir machen es auch in der Praxis. Fakt ist, dass wir hier dank unserer starken Mannschaft und unserer tollen Partnern ein hochmodernes, top nachhaltiges Arbeitsumfeld für die hier angesiedelten 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschaffen haben. Ich freue mich zweifellos über Ihre kluge unternehmerische Entscheidung. Dass aus diesen Abrissunternehmen dann so innovative Unternehmen werden, so Full-Service-Dienstleister einer transformierten Stadt, das ist finde ich schon was Besonderes. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Gotts Needleim. Because of it. Tschüss. personagem.